Das Leben als Astronaut kann manchmal die Hölle sein. Ständig diese widerlichen Aliens, die dich zermanschen wollen oder deinen Kopf abbeißen. Gegen diese fetten, glubscheugigen Viecher mit schlechtem Atem und schuppiger Haut lässt sich rein gar nichts ausrichten. Gar nichts. Also rette sich, wer kann. Und wer kann, sollte besser keine Bohnen essen, so die Message dieser Werbung für eine fiktive Bohnenmarke. Dahinter steckt ein Londoner Effektstudio, das mit dem Spot zeigt, was es kann. Ganz schön schwere Geschütze für die paar Proteine.